Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drehmomente, dem täglichen Videoflog vom Ruderstatter Vogelschießen. Heute war der Eröffnungstag und da haben wir wieder einige Bilder für Sie zusammengefasst. Und wir haben auch Heike Zaubert getroffen, aber was erzähle ich, gucken Sie lieber selbst. Die Mitglieder des Theaterspielladen kündigten es an. Das Ruderstatter Vogelschießen steht kurz vor der offiziellen Eröffnung. Gemeinsam mit Heike Zaubert landete dazu auch Bürgermeister Jörg Reichel auf dem Festplatz. Kommen wir los. Das 293. Ruderstatter Vogelschießen ist eröffnet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß in den nächsten zehn Tagen und kommen Sie recht auf das Ruderstatter Vogelschießen. Ja, Detektiv Hashtag wieder unterwegs mit seinem Dreck. Und ich bin heute wieder hier auf dem Ruderstatter Vogelschießen und habe wieder recherchiert. Eine ganz besondere Frage, die beantworten werden muss. Und, was meinst du? Wie viel G hat das Ding? Schätzt du dich aus? Und du? Nein. Ich habe keine Ahnung. So, dann kommt jetzt ein Schuss für los. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich bin Schwarzwälder. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Nämlich die Preisfrage. Ja, echt? Hätte ich mal nachlesen sollen, oder? Ja, ja. Kannst du ja noch recherchieren. Ja, die große Frage bleibt. Wie viel G hat dieses Tageschef? Schickt eure Antwort an drehmomente-at-rudolstadt.de. Bis morgen, 14 Uhr. Toi, 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 toi. Ein weiterer Höhepunkt des Tages war der traditionelle Festbieranstich im Kaffeehauszelt. Nach fünf Schlägen durch Markus Prümel wurden die ersten Krüge gefüllt. Ich habe hier das Riesenglück, Heike Zaupert neben mir begrüßen zu dürfen. Sie haben schon einen kleinen Rundgang gemacht über den Festplatz. Wie hat es Ihnen bisher gefallen? Ich bin ganz begeistert vom Rudelstädter Vogelschießen. Man muss sich ja auch überlegen, schon 293 Mal über eine halbe Million Besucherinnen und Besucher im Jahr. Das hoffe ich natürlich auch für dieses Jahr. Und es ist ganz viel los. Tolle Fahrgeschäfte. Und es duftet verführerisch. Waren Sie vorher schon mal da? Ich war früher noch nie hier gewesen. Das ist bestimmt eine der angenehmeren Aufgaben in Ihrer Position. Wie haben Sie sich bisher eingelebt? Ja, das ist wirklich was ganz Tolles. Ich war ja auch schon zum Tanz und Vogt-Festival hier in Rudelstadt gewesen. Und so eine Eröffnung des Vogelschießen, das ist für mich was ganz Tolles, weil die Finanzer wären nicht überall hineingeladen. Vielen Dank. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns noch einen gemütlichen Ausklang. Zum Wohl. Hallo und herzlich willkommen zu den Veranstaltungshinweisen für Samstag, den 22. August. Los geht es um 9 Uhr im Rollstabfestzelt. Hier wird gereizt und gestochen, was das Zeug hält. Denn der erste Rudelstädter Skatclub lädt zum Skat-Turnier ein, um den Pokal der Stadtmeisterschaft. Es sind alle Gäste aus nah und fern ganz herzlich zum Mitspielen eingeladen. Um 15 Uhr kann dann das legendäre Schießen im Schützengarten stattfinden. Und um 19.30 Uhr heizt die Partyband-Members kräftig ein. Im Kaffeehauszelt Brümel singt ab 15 Uhr Karin Roth für sie. Sie ist ein Star der Volksmusik und bringt Grüße vom Rennsteig mit. Und um 19 Uhr werden dann die Vollmershainer Schallmein musizieren. Sie haben jede Menge Musik und natürlich auch gute Laune im Gepäck. Also, wir sehen uns und viel Spaß. Wir haben eine geniale neue Challenge für euch. Und zu gewinnen gibt es diese großartigen Preise. Klingeling. Freifahrten. Normalerweise dauert es immer gar nicht so lange, bis irgendein Flitzer ins Bild kommt. Hier haben wir schon die erste. Ja, tschüss. Es geht ums Büchsenwerfen. Tatsächlich? Einfach nur mehr abschießen als er. Kriegt ihr das hin? Zwei Freifahrten. Ganz einfach. Zwei Freifahrten. Ein kleiner Wettbewerb gegen mich im Klassiker. Mit ihr. Dosen werfen. Gegen dich? Gegen mich. Gegen Max. Ey, das ist cool. Seid ihr dabei? Natürlich. Na, wunderbar. Wir haben die ersten Teilnehmer. Ich weiß, ob die Klingel könnten. Ja, ich würde mich mal machen. Ja, was? Ja. Jawohl. Jawohl. Ich habe mehr stehen lassen. Leider. Und dafür bekommt sie, wie versprochen, zwei Freifahrten für das Klingel. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Das war ein schöner Wettkampf. Spaß gemacht. Und noch viel Spaß. Morgen sind Sie vielleicht der neue Kandidat unserer Challenge. Denkt Sie an unser großes Gewinnspiel. Aber auch an unser kleines Gewinnspiel. Wir sehen uns dann wieder morgen bei einer neuen Folge von Freemomente. Danke. Bis zum nächsten Mal.